Schlaf, Baby, schlaf. Deine Oma liegt im Grab. Dein Vater kommt gleich mit dazu und... Oh, es klingelt, es klingelt. Ja, hallo, hier ist Chantal, die Baby-Sitterin. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, Sie brauchen eine Baby-Sitterin. War ein schlimmes Kind. Kein Problem, damit komme ich klar. Gut, dann komme ich jetzt vorbei. Super, danke. Bye. Und damit haben wir einen Auftrag von zwei als Baby-Sitterin. Ich weiß, ich sehe schrecklich aus, aber damit herzlich willkommen zum Baby-Simulator. Fangen wir an. Uh, sieht sehr schön hier aus. Hier werden wir also die nächsten paar Stunden sein. Du bist also das Kind, auf das wir auffassen müssen? Oh mein Gott, wie siehst du aus? Du guckst mir direkt in die Seele rein. Komm mal her, Kind. Was ist das für ein Kind? Wieso hat das so große Augen? Auf dich müssen wir heiser aufpassen. Okay, du legst dich erstmal hier hin, okay? Ja, wir machen dir etwas TikTok an, okay? Das kannst du dir erstmal ein bisschen angucken, ja. Das ist gut. Das ist sehr gut. So, und wir gucken ganz kurz in der Zwischenzeit uns ein bisschen um, weil wir wissen, wo alles ist. Hier ist also das Badezimmer. Aha. Hier ist die Küche. Sehr schön. Was ist oben? Die Speer. Öffnen. Öffnen. Der Waschraum. Auch abgeschlossen. Hm. Und das Kinderzimmer von dem Kind. So, erste Nacht. Unsere Aufgabe ist es, das Baby zu füttern. Flasche aus dem Kühlschrank nehmen. Okay, wir holen uns die Flasche. Hä? Was war denn das? Hör mal auf hier mit Eiern zu werfen. Hey, cool. Ich kann ihn auch mit Eiern werfen. Haha. Yeah. Kind, komm mal her. Hier. Das ist voll scary. Das ist voll scary wie das Kind heute. Was ist denn? Hör auf zu heulen. Wieso heilst du denn? Das ist nur ein Ei. Komm her. Komm mal hier, Junge. Komm mal hier, Kindchen. Hier. Ich kippe ihn die Flasche und einfach komplett in die Winde. Super. Was freust du dich, hä? Du bist doch ein stinkscheiß Kind, Alter. Ah, neuer Windehund. Okay, easy. Kein Problem. Hä? Wie willst du? Wie willst du das? Wie ist das Kind von da nach da gekommen? Was machst du denn? Hier. So, perfekt. Wiehst du? Du gehst jetzt in dein Bett und bleibst da. So. Geschichtenbuch finden und hinsetzen. Der Prinz und die Katze. Wow. Der Prinz und die Katze. Am anderen Ufer. In fernen Ländern mit dunklen Sternen. Über den Kopf schlief. Das war's. Die Geschichte ist zu Ende. Ich fand es... Das Kind schlief. Ich sag doch, ich bin der beste Babystar. Gute Nacht. Naja, ich sag mal so. Ich bin nicht ohne Grund der Baby... Ich sag mal so. Ich bin nicht ohne Grund der Baby... Ich sag mal so. Ich bin nicht ohne Grund der Baby... Ich sag mal so. Ich bin nicht ohne Grund der beste Babysitter. Jetzt hab ich's. Okay. Wir müssen nur noch auf dem Sofa warten, bis die Eltern kommen. Sobald ich ja nicht allzu schwer wäre. Ah, das Kind. Ich komme. Kindchen, alles gut. Ah. Hätt die Tür aufgemacht. Hä? Wo ist das Kind? Wieso kann es laufen? Ah. Warum war ich mich erschrocken? Hör auf zu heulen. Okay. Wir bringen dich... Wir bringen dich... Ah. Warte ganz kurz. Das ist jetzt dein Bettchen. Okay. Gute Nacht. Hä? Oh nein, 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 nein. Warte. Das war ein Joke. Das funktioniert? Ich sag mal so. Ich darf dem Kind... Geht's doch gut, oder? Jetzt gehst du... Jetzt gehst du ins Bett. Gute Nacht. Was soll denn das immer wieder? Dieses Kind ist verrückt. So. Wir haben die erste Nacht überstanden. Okay, Nacht zwei. Baby füttern. Flasche aus dem Kühlschrank nehmen. Ja. Hä? Wo ist die Flasche hin? Wo ist die... Abgesperrt. Es kann doch nicht so schwer sein. Wo ist die Flasche jetzt hin? Schnapp dich. Händchen. Alles gut. Das ist... Hier. Ah, wieder weg hier. Ich kacke ab. So. Nicht verschwinden. Ich dreh mich nur ganz kurz um, um die Winde zu nehmen. Okay. Hä? Was ist denn jetzt los? Komm mal her. Wieso kannst du denn... Hä? Hallo, komm wieder her. Oh, du hast die Tür aufgemacht. Hier war ich doch gar nicht drin. Im Notfall Glas brechen? Gut zu wissen. Händchen, ich komme. Perfekt. Ich muss wieder vorlesen. Prinz und Kaninchen. Ah, ist das Kaninchen klar? Du bist so schrecklich. Lass mich raten. Du wirst diesmal den Hasen haben. Cool. Ich lese weiter. Zwölf Sekunden später. Was willst du denn die ganze Zeit? Was ist dein Plan? Gehen und Tü schließen. Okay. Ach ja, und Leute, vergesst nicht, einen Daumen nach oben und ein Abo dazulassen für... meinen Aufwand in den Videos. Dankeschön. Etwas zu essen suchen. Vielleicht einen Käsetoast. Ja, okay. Dann holen wir uns einen Käsetoast. Nehmen den Toast. Prost auf. Käse. Also drauf und zu. Oh yeah. Die Sandwiches. Wie kennt... Ah! Wieso? Wieso erschrecke ich mich so sehr? Oh mein Gott. Feed me. Aber womit? Da ist die Flasche. Ich dachte, ich muss nur ein Kind babysitten. Warum ist es denn so ein Horrorspiel? Wenn ich mich jetzt umdrehe, dann ist da nichts, oder? Okay, ist nichts. Ah. Warum ist es hier so? Hallo? Ist das die Laborin? Was zum... Was ist das für ein Riesen... Oh mein Gott. So ein Kühlschrank zu haben, der so groß ist eigentlich voll cool, oder? Kindchen. Hä? Hallo, Kind. Ich bin doch schon da. Wieso guckst du denn so grimmig? Alter. Dieses Kind, ne? Ich bring dich nicht zum Wicke hin. Ich bring dich in den Backofen. Du bist nämlich der ausgebaut der Hölle. Oh, das Kind ist verrückt. Es ist verrückt. Wicke, dich selber. Viel Spaß dabei. Ich bin raus hier. Adios, amigo. Wieso? Ich mag dich nicht. Ich hasse dich, Kind. Was ist das? Ah. Aua. Ah. 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 Aua. Das Notgas. Das Notgas oben. Ah. Hier. Kaputt. Kaputt. Komm her, Kind. Wo bist du? Ich hab deinen Lieblingschnuller. Ich hab deinen Lieblingschnuller. Bitte. Wo bist du, Kind? Kind, bitte. Kind. Willst du? Wo bist du? Ah. Nimm den Schnuller. Goddammit. Was ist das für ein Kind? Wer hat dieses Kind zur Welt gebracht? Sei einfach... Okay, Kind. Du musst nichts sagen. Sei einfach... Ah. Ich, äh... Ich liess dir natürlich eine Geschichte. Leg dich schlafen. Das ist richtig geblüht hier. Scharf. So. Der Prinz unterscharf. Ich fühl mich gerade wieder scharf. Der ganze Palast war kalt. Der Mond draußen schien so hell. Der kleine Prinz lag in seinem Bett und fand keinen Schlaf. Ich bin müde, sagte der Prinz. Lass mich dich zählen. Lass mich dich zählen? Eins. Zwei. Drei. Dein Geist war von Angst erfüllt. Nein, nicht die Kuscheltiere. Kind, du bist doch... Was möchtest du? Ich gehe auf die Knie für dich. Was willst du vor mir haben? Ah. Was ist das? Das Kind... Ah. Was ist das hier? Gute Nacht. Ich will hier nicht mehr sein. Ich will... Ich will... Ich höre Stimmen? Hallo? Hallo? Kommen die Stimmen von oben? Ich gehe nicht hoch. Oh. Guck in den weißen Hasen. Okay. Sie folgt dem weißen Hasen. Pfeile. Hase sagt, hier lang. Wir gehen hier lang. Der Hase sagt, da lang. Hallo? Hase, wir gehen raus. Wir gehen raus. Hase, wir das. Wir gehen raus. Hase, wir das. Hase sagt, Aufzug benutzen. Ich drücke Aufzug. 21, 22, 23, 24. Ich gehe auf. Ich gehe auf. Ich gehe auf. Hase. Ich will rein. Ich will rein. Ich will rein. Wie geil. Hase, komm. Wir fahren. Hase, nur du noch. Nur noch du und ich. Okay? Wir fahren. Ja. Wo ist mein Hase hin? Oh, nein, 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 nein. Nicht aufstürzen. Bitte nicht. Alles, nur nicht aufstürzen. Okay. Hase sagt, wir sind Rechtsdank. Tür zum Aufzug aufstürzen. Babyfunk. Ich muss das Babyfunk? Wem gehört eigentlich diese Wohnung hier? Und warum? Kannst du mir nicht einfach den Schlüssel geben? Ja, ja, guck mal, schön eine Serie, mein Junge. Ah, das muss da hin. Jetzt ist das Stück, glaube ich, komplett. So, wir spielen für das Kind ein bisschen. Ja, halt zu, mein Junge. Ist das ein Scheiter? Okay, ein geheimen Scheiter. Adios. Oh, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich fühle mich nicht wohl. Okay, dann, äh, gehen wir zurück und turnen uns die Platte mal an, ne? Ohne Jumpscare, okay? Ohne, ah! Halt deinen Maul! Hör die Musik einfach an! Hör die Musik an! Adios! Stromausfall, öh. Ah, hier ist der Strombereich, okay. Sicherungskasten. Batterie fehlt. Noch eine fehlt. Eine haben wir. Doch, schnell, als erwartet. Wieso? Ach, ne! Okay, wie kann ich dich daran hindern, hä? Wie kann ich dich daran hindern? Uh! Okay, 17. Am Ende ist 17. Okay, 17. 4, 3, 1, 7. 4, 3, 1, 7. 4, 3, 1, 7. So, Kind, komm her. Du gehst jetzt rein. Ne? Du brauchst mich gleich so angucken. Adios! Ey, sag mal so, das Kind hat irgendwie noch... Spaß, ne? So, der Strom ist wieder an. Jip! Weißt du, dass deine Eltern dich eigentlich hassen? Nein? Jetzt weißt du's. Jip! Was ist mit dir im Fall? Okay, okay. Ich muss weglaufen. Krieg ich hin. Oh, wir laufen hier lang, wir laufen hier lang, wir laufen hier lang. Das kommt hinter mir her. Ich hasse das, ich hasse das, ich hasse das. Oh mein Gott. Ich habe mir einen Schlüssel. Halt, ich habe einen Schlüssel. Das ist es. Mondschlüssel. Ah! Wieso schreie ich so rum? So, hier ist Mondschlüssel. Und gäbe es drei, gäbe es drei, gäbe es... Komm, weiter. Ah! Wie weit? Drei, wir kommen rein. Klar, 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 klar. Bye, bye. Oh, ich kann nicht mehr. Ist alles spiegelverkehrt? Flasche aus dem Kühlschrank nehmen. Alles gut. Wir sind wieder beim Normalen. Beim Ruhigen, beim Sittlichen. Hier, mein Kind. Hier, nimm die Flasche. Jetzt kommt's zum Wickeltisch. Hm, Schlüssel. Ich bin's gewohnt, dass du verschwindest, aber alles gut. Perfekt. Hä? So, jetzt ohne Musik. Wenn die Musik aus ist, kann's auch nicht rückwärts abgespielt werden. Super simpel. Hörst du? Hä? Oh mein, ich habe Einschlüsse mitgenommen. Das war einfach legit der richtige. Geh einfach. Ich geh, stimmt. Einfach gehen. Komm, wir nehmen dich jetzt mit. Äh. Ein müder Junge. Hier. Gute Nacht, Kind. Tschüss. Die haben gesagt, Baby ins Bett bringen. Wuh, wuh. Wieso? Nein, ich lass dich da liegen. Nee, egal. Du bleibst da. Ich ignoriere dich jetzt. Und gehe alleine. Alleine. Die gehen einfach durch. Ich will das einfach durchhaben. Hey, Gua, das hat ein Fernsehgesicht. Sieht man das? Genau da. Nein, wir bringen dich nicht ins Bett. Kein Problem. Ich weiß, ob ich die... Oh, okay, ich darf sagen. Warte, läuft die Schweiß an meinem Bauch runter, geil. Oh. Kriegst du mich auch? Okay, letztes Mal jetzt. Gute Nacht. Oh Gott. Stimmt. Scheiß drauf, ich werfe dich einfach runter. Ja. Okay, okay, alles gut. Ah, rechts, alles gut. Okay. Komm und such mich. Die Schachfigur mit. Schachfigur, immer gut. Komm, Schachfigur. Okay, es geht weiter. Scheiß auf Schachfigur, wir machen ohne. Ah, das Baby ist einfach scary. Ha, da ist der Ausgang. Da ist der Ausgang. Alles gut, wir kommen hier durch, Riesenflaschen. Kein Problem, wir sind draußen. Wir haben es geschafft, oder? Ich glaube, wir haben es geschafft. Ah, lauf, kleines Kaninchen. Du bist nicht allein. Es wird immer andere geben. So, okay, Leute, das war es mit dem Video. Das gerne dann noch oben unten ein Abo, da, falls ihr noch mehr vom Baby-Simulator sehen wollt und, äh, mit diesem Cosplay. Das war es, bye-bye. Ciao.